Mein Name ist Stefan Detke. Ich bin für das Produktmanagement bei Heidelberg Postpress in Ludwigsburg verantwortlich und freue mich entsprechend Ihnen heute Innovation aus dem Bereich Postpress Commercial vorstellen zu dürfen. Wie mein Kollege Rainer Wolf bereits erwähnte, denken wir bei Heidelberg Push-to-Stop end-to-end. Das heißt jetzt auch in der Weiterverarbeitung. Angefangen von einer Standardschnittstelle, die wir erschaffen haben, die Ihnen ermöglicht, Betriebsdaten von Ihrem Postpress Equipment verschiedener Heidelberg Produkte von Commercial zu Packaging auf einen Server zu legen, über eine hochperformante Falzmaschine ausgestattet mit Push-to-Stop, bis hin zu unserem autonomen Abstapelsystem, dem P-Stacker, ein Roboter, der Ihnen viel Arbeit abnehmen wird. All diese Produkte zusammen schaffen es, die Touchpoints, die Berührungspunkte manueller Art und Weise in Ihrem täglichen Betrieb zurückzufahren, den gelben Balken, den Rainer Wolf erwähnt hatte, zu verkleinern und gleichzeitig Transparenz für Ihre Weiterverarbeitung zu haben. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Die klassische Falzproduktion, der Wechsel von einem Job zum nächsten Job, hat normalerweise sechs Berührungspunkte. Sechsmal ist der Bediener aufgefordert, manuell einzugreifen. Mit Push-to-Stop in Ihrer Falzmaschine fallen diese Punkte manuell weg. Die Maschine beendet den einen Job und startet völlig autonom den nächsten Job. Mit so einer Leistung brauchen Sie aber einen Helfer an Ihrer Seite, der, und das ist erstaunlich, sieben bis acht Tonnen Papier in einer Schicht auf eine Palette abstapeln muss. Hierfür haben wir unsere Weltpremiere, den P-Stacker für Sie entwickelt. Ein Robotersystem, das ich Ihnen gerne anhand eines kurzen Filmes zeigen würde. Bitte beachten Sie, dass wir hier bei dieser Konzeptstudie in diesem Moment nicht die volle Geschwindigkeit fahren. Wir wollen Ihnen einfach mal zeigen, welche einzelnen Features dieses Robotersystem hat. Die Falzmaschine läuft mit 16.000 Bogen die Stunde. Die Päckchen werden ausgegeben, aufgestellt, ausgerichtet. Wir sichern so die Qualität. Übernommen von einem sehr innovativen Greifer, der der Bewegung des Bedieners nachempfunden ist. Das Paket wird gebogen und dann mittig auf die Palette abgesetzt, damit es formstabil aufsitzt. Für unseren Roboter setzen wir einen Industrieroboter ein. Einen verlässlichen, robusten Industrieroboter. Der es uns erlaubt, 300 Päckchen in der Stunde oder 5 Päckchen in der Minute auf eine Palette bis zur Euro-Palettengröße abzusetzen. Es ist uns sogar in der Lage, die Päckchen zu wenden. Das ist insofern wichtig, dass sie somit vorbereitet sind für die nachfolgenden Weiterverarbeitungsschritte, wie zum Beispiel das Sammelheften. Jedes Päckchen kann ein Gewicht von bis zu 8 Kilo haben. Das ist überhaupt kein Problem für den Roboter. Die Stapelhöhe auf einer Euro-Palette wird bis zu 1,10 Meter reichen. Lassen Sie uns jetzt noch mal den Roboter als Prototyp in diesem Moment bei voller Geschwindigkeit oder bei erhöhter Geschwindigkeit bei seiner Arbeit beobachten. Was wir hier sehen, ist eine Zykluszeit von ca. 12 Sekunden, sprich die bereits angesprochenen 5 Päckchen in der Minute oder 300 Päckchen in der Stunde, was der Geschwindigkeit 16.000 Bogen pro Stunde ihrer hochperformanten Falzmaschine wie dem Pi-Stacker entspricht. Aber nicht nur in der Option, den gelben Balken zu pressen, haben wir eine tolle Innovation, sondern auch endlich eine Möglichkeit, Betriebsdaten aus ihrer Weiterverarbeitung für Sie nutzbar zu machen. Mit Data Ready haben wir eine offene, nicht properitäre Schnittstelle geschaffen, die Ihnen Betriebsdaten aus verschiedenen Heidelberg-Produkten, Commercial als auch Packaging, zur Verfügung stellt, bei Ihnen auf dem Server in Ihrem Betrieb als XML-File ablegt und von dort von jedem MIS-Anbieter Ihrer Wahl übernommen werden kann und integriert werden kann in Ihr System. Sie sehen es, es gibt bei Postpress Commercial viele tolle Innovationen und wir freuen uns, diese mit Ihnen weiter zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank.